Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute geht es ein kleines Informationsvideo zur Beta-Testphase von unserem Spielecharakter. Denn gestern hatte Starstable auf Instagram und hier in den News ein bisschen was gepostet und was das genau ist, lese ich euch vor. Das ist nämlich sehr interessant. Und zwar Update des Spielecharakters. Anmeldung für die Beta. Hallo, wir haben spannende Neuigkeiten für dich. Der Beta-Test. Wir sind mit dem Update des Spielecharakters unglaublich gut vorangekommen und treten in die nächste spannende Phase ein. Das Testen. Auch wenn es noch einige technische Aspekte zu bewältigen gibt, bevor wir euch das volle Potenzial des neuen Spielecharakters bieten können, wissen wir natürlich, dass ihr lange genug auf diverse Charaktere gewartet habt. Deswegen starten wir eine Closed-Beta, in der ausgewählte Spieler die aktualisierten Charaktere vor der Veröffentlichung testen. Die Gedanken und Rückmeldungen der Spieler zu diesem Update werden uns sehr helfen, während wir das Update weiter verbessern. Der Beta-Test, jetzt kommt die wichtige Information, der Beta-Test beginnt schon am 21. September. Also diesen Monat schon wirklich nur zwei Wochen, zwei, drei Wochen. Und du kannst dich jetzt anmelden und die Chance zu haben, am Beta-Test teilzunehmen. So, und dann schreiben sie noch, so meldest, Verzeihung, Frosch im Hals, so meldest du dich an. Hab ein Auge auf deinen Posteingang und stelle sicher, dass du unsere E-Mails abonniert hast. Wenn du berechtigt bist, dich für eine Chance auf die Teilnahme am Beta-Test anzumelden, erhältst du eine E-Mail von uns. Ich weiß nicht, ob ihr eine E-Mail von StarSaple erhalten habt. Ich habe es auf jeden Fall nicht bekommen, obwohl ich die E-Mails-Dingsbooms abonniert habe von SSO. Wirklich sehr komisch. Übrigens, den Testbogen, beziehungsweise den Anmeldebogen zur Beta-Phase, den findet ihr übrigens bei mir in der Videobeschreibung. Wartet nicht allzu lange. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, also die Anmeldung, wie lange die Anmeldung dauert. Ob die jetzt nur eine Woche dauert oder ob die jetzt vielleicht nur bis diese Woche Sonntag dauert oder keine Ahnung. Also, wenn ihr euch anmelden wollt, macht es am besten noch diese Woche. Später nicht, weil ich weiß nicht, wann die Testphase, also die Anmeldung zur Testphase andauert. Deswegen macht das am besten noch diese Woche. Dann seid ihr, denke ich mal, auf jeden Fall sicher. Genau, und sie schreiben noch, du solltest die englische Sprache ausreichend gut beherrschen, um die Anweisungen zu verstehen und uns dein Feedback übermitteln zu können, über das wir uns sehr freuen würden. Genau, das ist nämlich auch wichtig. Und dann schreiben sie noch 150 Star-Sable-Spieler werden ausgewählt und am 15. September per Mail benachrichtigt. Okay, wie gesagt, am 15. September haben die sich sozusagen schon entschieden, welche 150 Spieler das testen wollen. Beziehungsweise die machen das, glaube ich, alles automatisch mit einem Bot oder suchen die da irgendwelche Spieler aus, keine Ahnung. Und es sind nur 150 Leute, 150 Spieler. Und wie gesagt, am 15. September bekommt ihr eine E-Mail von Star-Sable, wo drin steht oder in der drin steht, dass ihr ausgewählt seid. So, dann gehen wir mal, also wenn ihr jetzt auf den Link geklickt habt, den ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe, dann müsstet ihr auf diese Seite hier kommen. Genau, sign up to test our new player characters. Genau, logge dich ein, um eure, unsere, ja, beziehungsweise melde dich an, um unsere neue Charakter zu testen. Und ihr seht schon, es ist alles auf Englisch. Also die Anmeldung wird auf Englisch sein. Wenn ihr dann einer oder einer von diesen 150 Testern seid, werdet ihr dann auch einen Account von SSO gestellt bekommen, der natürlich auch auf Englisch ist. Das heißt, da müsst ihr auch ganz gut Englisch können, um euch da so ein bisschen durchzufitzeln. Und wenn ihr den Charakter getestet habt, müsst ihr Star-Sable natürlich ein Feedback geben, wie ihr das so findet, was es für Probleme gibt, was man vielleicht noch verbessern könnte und so weiter und so fort. Und wie gesagt, alles auf Englisch. Deswegen wollen die auch, dass es 150 Spieler sind, die ganz gut Englisch können. Wenn ihr überhaupt kein Englisch könnt, dann bitte versucht es gar nicht erst. Lasst wirklich den Leuten, die wirklich gut Englisch können und gutes Feedback geben können, denen irgendwie den Vortritt. Außerdem müsst ihr übrigens noch 16 oder älter sein, um das testen zu können. Genau, hier steht es auch noch. You need to be 16 or above to become a Beta-Tester. Also du musst mindestens 16 oder älter sein, um ein Beta-Tester werden zu können. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, das sind so die drei Kriterien. 16 oder älter, gut Englisch sprechen können, gute Englischkenntnisse haben. Und vor allen Dingen, ihr müsst in den Zeitraum, wo die Beta getestet wird, auch Zeit haben. Das ist Ende September, Anfang Oktober. Da werden diese 150 Spieler diese Beta testen und ab da müsst ihr auch Zeit haben. Also wenn ihr diese Kriterien nicht erfüllen könnt, bitte versucht es gar nicht erst. Lasst lieber anderen die Chance, weil, was habe ich gehört? Ich glaube, es sind aktuell, wenn es stimmt, ich weiß es nicht, über 600.000 aktive Spieler in SSO. Davon sind vielleicht, ich sag mal Pi mal Daumen, die Hälfte, also 300.000 16 oder älter. Weil es sind schon sehr, sehr viele jüngere Spieler, die SSO spielen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal Pi mal Daumen die Hälfte sagen, also ca. 300.000 Spieler sind über 16. Das heißt, die können sich schon mal anmelden. Und wie viele davon können sehr gut Englisch, bestimmt auch einige, aber auch nicht alle, keine Ahnung, sprechen wir jetzt einfach mal von 200.000. Und von 200.000 150 Spieler rauszupicken, die das machen, das ist schon, also da ausgesucht zu werden, die Chance ist wirklich gering tatsächlich, aber gut, vielleicht habt ihr Glück, vielleicht habe auch ich Glück oder nicht. Ich habe jetzt da auch einfach mal mitgemacht, weil ich habe mich hier tatsächlich schon angemeldet, ich habe die ganze Prozedur schon durch und ja, ich habe tatsächlich hier auch alles verstanden, was SSO von mir möchte. Englisch, Sätze, Schreiben, da habe ich noch ein paar grammatische Probleme, aber auch das kriege ich hin, weil auch wenn ich mit, ja auf Instagram mit irgendwelchen englischsprachigen Leuten dort schreibe und rede und Kommentare schreibe und sowas, also die verstehen mich auch, also Englisch verstehen und schreiben, das kriege ich auf jeden Fall hin, also und älter als 16 bin ich ja sowieso, ich bin ja schon fast tot, nein Spaß, aber ja, genau. So, so viel dazu, ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Gelaber so ein bisschen helfen und unterstützen. Wie gesagt, wenn ihr diese Kriterien alle erfüllt, wenn ihr gut Englisch sprechen könnt, wenn ihr 16 oder älter seid und wenn ihr in dem Zeitraum vom 15. September, beziehungsweise Ende September bis Anfang Oktober Zeit habt, dann könnt ihr euch gerne anmelden, ansonsten bitte probiert es gar nicht erst, weil ihr nehmt dann anderen, die das gut rüberbringen können, die gut Feedback geben können, die, ich sage mal, Platz weg, ich weiß, klingt ein bisschen blöd, aber ist halt leider so, weil was wollt ihr denn dann mit einer Account-Beta-Testphase, englischen Account, wenn ihr gar kein Englisch könnt, das macht ja überhaupt keinen Sinn auch, ne, dann kommt ihr ja irgendwie gar nicht klar, außer natürlich, ihr habt irgendwie große Schwester oder große Bruder oder Mama und Papa, die euch da zur Seite stehen und daneben sitzen, das ist auch wieder was anderes, aber ihr wisst, was ich meine. So, ich habe genug geredet, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wie gesagt, der Link hier zur Beta-Test-Dingsbooms, hier Ausfall, ne, ich drücke mich wieder mal sehr gewählt aus, findet ihr in der Videobeschreibung und, ja, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen mit den Informationen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare und wie gesagt, meldet euch am besten noch diese Woche an. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche noch wirklich viel Sinn macht, sich noch anzumelden. Ja, macht es am besten noch heute, wenn ihr Zeit habt oder morgen oder was auch immer, keine Ahnung. Ja, so, das war es von meinem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!